Bärkast, dein Motorradreise-Podcast. Leute, ich stehe hier mit Erik Peters. Ein, ja, ich möchte was sagen, inzwischen schon Urgestein, der Motorradreisefilme und Dokumentationen, Vorträge, alles macht er. Erik, was machst du hier? Ja, ich bin hier zum einen, weil ich das Event supergeil finde. Gestern hatte ich hier einen Auftritt, habe ein bisschen was von meiner Schottlandreise oder meiner Liebe zu Schottland erzählt. Und ansonsten bin ich hier, Location ist geil, Wetter passt und Benzin quatschen. Heißt Leute, Bekannte treffen und einfach über die zwei schönsten Dinge im Leben quatschen, Reisen und Motorrad fahren. Erik, wir verfolgen dich schon mega lange. Du machst das ja auch echt schon ein paar Jährchen jetzt und so. Was mich so beeindruckt hat damals, dass du wirklich, also zumindest früher, immer alles alleine gemacht hast. Schnitt, Nachvertonung, hast das irgendwie auch produziert und so. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so. Das heißt, wenn ich eine Reise mache, fahre ich nicht los mit einem Drehbuch. Ich mache die Reise ganz normal und filme unterwegs. Und hinterher sitze ich dann vor einem Berg an Material. Bei der letzten Reise waren es vier Terabyte, wo du dann vorsitzt und denkst dir, okay, wie machst du daraus jetzt eine Geschichte? Und so schneide ich das dann tatsächlich auch alles komplett selber. Also von, erst mal die Geschichte, den Text, die Musikauswahl, Filmschneiden, Post, der ganze Kram, mache ich wirklich alles selber. Und man merkt es, finde ich. Also was deine Filme besonders macht, würde ich sagen, ist, da steckt einfach viel Herzblut und Leidenschaft drin. Man merkt auch an so Gimmicks, gestern Abend zum Beispiel hast du gesagt, wer Bock hat, deine Tour nachzufahren, der kann einfach die GPS-Daten und so weiter sich besorgen, kostenlos von deiner Homepage. Das finde ich mega cool. Erik, wenn du so über deine ganzen Projekte, über deine Filme nachdenkst, gibt es da so einen, wo du sagst, das ist mein Lieblingsfilm? Das ist wahrscheinlich schwer, ne? Ja, ist in der Tat schwer. Also mein Lieblingsfilm ist der, an dem ich gerade arbeite, der über die letzte Himalaya-Tour. Lieblingsfilm ist, kann man so eigentlich nicht sagen, aber auch der, mit dem ich angefangen habe. Also der erste Nordamerika-Film. Bin damals losgefahren, hatte überhaupt keine Ahnung, wie man filmt, wie man schneidet. Ich habe mir einfach damals eine 5D Mark II gekauft, habe damit gefilmt und ja, ist halt ein cooler Film zustande gekommen, ohne dass ich Plan davon hatte. Alles über irgendwelche YouTube-Tutorials mir reingezogen, wie das funktioniert. Und es klappt. Also wenn man irgendwas macht im Leben, egal was, wenn du Leidenschaft, Herzblut mitbringst und vielleicht so ein Fünkchen-Talent, dann wird es halt auch erfolgreich. Und da ist es scheißegal, ob du, keine Ahnung, Schmuck herstellst oder Reisen machst, wie ich halt in dem Fall. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du bist kein gelernter Filmemacher und du kommst nicht aus dem Fernsehbereich und so weiter? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mir das komplett selber beigebracht, fotografieren und filmen. Und ich mache das einfach super gerne. Also ist jetzt, ich habe das nie irgendwo gelernt. Viele würden wahrscheinlich sagen, oh, was hat der für einen beschissenen Workflow? Aber ich komme damit halt klar und ist halt auch immer so ein Arbeiten unter extremen Bedingungen. Wenn du manchmal in Ländern bist, wo du in Pakistan, China oder so, wo du nicht mal eben jetzt eine fette Kamera auspacken kannst, du musst halt improvisieren. Ja, wenn du mir erzählst, aber ich finde, also ich mache ja auch ein bisschen Filmerei und so, das macht eigentlich die Filme erst wirklich authentisch. Weil in der heutigen Zeit kann jeder mit ein paar tausend Euro richtig geiles Material filmen, aber wie du sagst, eine Geschichte draus machen, Emotionen wecken. Ja, die Geschichte, ja, damit steht und fällt ein Film. Man kann es auch mit dem Handy aufnehmen. Rein theoretisch, wenn du eine gute Geschichte erzählst, dann ist die Kamera scheißegal. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn du eine gute Kamera hast, aber die ist nicht entscheidend. Sag mal, und du fährst ja, seit ich mich erinnern kann, eigentlich immer Yamaha, Tenere. Mal die Kleine hast du am Anfang gefahren, dann jetzt die Super-Tenere und so. Wie kommt das eigentlich zustande? Ich habe damals, als ich den Führerschein gemacht habe, habe ich mir als erstes Motorrad eine Yamaha gekauft. Das war damals noch eine 750er Virago, also ein Shopper eigentlich. Also ein ganz anderes Motorrad. Ich kann mal böse sagen, so ein Frauenschopper eigentlich. Ja, genau. Eigentlich im Nachhinein so, hm, okay. Nicht das coolste Motorrad, aber damals bin ich damit halt super viel rumgereist. Ich habe damals schon gemerkt, hey, Yamaha funktioniert. Die hat immer genau das gemacht, was ich von dem Motorrad erwartet habe. Bin dann irgendwann mal, weil ich beim Reisen mit dem Ding nicht mehr die coolen Straßen fahren konnte, habe ich mir dann eine alte Tenere gekauft und bin dann einfach dabei geblieben, weil, ich meine, wenn du was Gutes fährst, von dem du überzeugt bist, warum sollst du dann wechseln? Und so bin ich dann halt dabei geblieben. Du bist ja auch die ganz neue schon gefahren, oder? Genau. Die bin ich jetzt letzte Woche, die 700er Tenere gefahren und die ist der Knaller. Darfst du darüber sprechen? Ist die geil? Ja, die ist saugeil. Die ist richtig geil. Und mit der wird man mich wahrscheinlich auch demnächst irgendwo sehen. Und ich glaube, das wird das neue Reisemotorrad, die du in den nächsten Jahren auf den Pisten der Welt sehen wirst. Also die ist echt geil. Und das sagen auch alle, die ich getroffen habe, Testredakteure etc. Die haben sich alle eine gekauft. Also die spricht für sich. Das Motorrad ist mega. Wenn man jetzt noch mehr von dir sehen will oder hören will, wo kann man das? Meine Filme kann man bei mir auf meiner Homepage motorradreisender.de bei Amazon im Stream kannst du meine Filme gucken. Ja, das ist und meine Live-Shows, mit denen ich hin und wieder mal in Deutschland unterwegs bin. Kannst du sagen, wo sind so die nächsten Termine? Wo trittst du auf? Das geht erst wieder im Herbst los. Im Sommer ist bei mir halt jetzt Reisezeit. Und das ist dann wirklich von oben Flensburg bis runter an Bodensee, Querbeet. Einfach mal motorradreisender.de Termine und da findet man das dann. Das blenden wir natürlich ein. Erik, magst du darüber sprechen, was du als nächstes machst oder ist das noch ein großes Geheimnis? Das nächste große Projekt? Das nächste große Projekt ist noch nicht spruchreif, weil wir noch überlegen. Die nächsten Sachen sind jetzt, dieses Jahr werde ich noch mal nach Norwegen fahren. Ich werde noch nach Schottland fahren, mein Lieblingsland in Europa. Und dann nächstes Jahr wieder eine große Tour von Köln aus in ein außereuropäisches Land. Und wir sind auf jeden Fall dabei. Ich habe gestern den Vortrag gesehen über Schottland. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war eine ganz tolle Mischung aus Selbsterzählt, Film, Bild. Ein sehr, sehr cooler, kurzweiliger Vortrag. Erik, danke, dass du mit uns dieses kleine Interview gemacht hast. Alles klar. Sauber bleiben, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.